Ja, danke! Wie sagt das der Turbo? Geht's schon los? Handicap. Machen wir doch leicht. Dann spielte du irgendwie als Kandy. Ja, letztes da mal... Da drin hinter dir. Da muss ich schnell hineingaufkommen, oder? Weiß was ich mach. Der Geld ist heute dann auch warm? Nee. So, zur Runde. Die Hände geht rein. 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 Ich hab dir mal quasi zwei... Ja, der Turbo sagt... Wollt ihr das mal mitspielen? Was macht er? Das sind die Klassiker. Das ist ein Vordergrund. Ich hätte gerne... Nein, aber... Irgendwer muss mich weiterfinden. Ich bin auch nicht der Kunde. Ich habe mich schon mal so viel geküsst, bis ich das Kunde wieder mache. Scheiße, Mann! Was ist denn das für ein Scheißdruck-Bullshit? Ich komme mit dazu, ist das? Ja, du hübsst auch und dann kriegst Kanoch. Du kriegst einfach Kanoch. Ja. Ja, das ist schlecht. Ups, schuldigung. Komm doch rein. Ich bin kein Bock auf den Scheiß. Dann haben wir halt so viele Leute am Montag. Haben die alle nichts zu tun, oder was? Die sind alle aus dem Sägenkonto. Die sind alle kleiner. Der Hauptmann, schau her! Ich bin nicht als froh, als wäre dieser Feind. Das passt so aus, aber du bist fast. Ein Feind in der falschen Farbe. Was gibt's denn nicht? Weil was auch alles ist. 100 Schaften vom Gegenden. Ausgeliefert die Sonne. Wollen wir da snipen? Ich bin nicht mal groß. Ach, kleiner Turm, um. Machen wir den. So, über den. Da sind wir zur Turbo. Also soll sein, glaube ich, anderer Turm. Sniper, Turm, Krusch. Ja. Ist doch mal ausreichend. Der Keli ist auch schon wieder da. Was gibt's denn mit der Scheiß-Bahnerei halt? Mö. Ja, Stuxen, Turbo! Ja, Stuxen, Turbo! Falscher wieder! Sorry. Simon hat ein Schwert. Der Handy kommt ohne ein Schwert. Simon ist tot. Der haut jetzt ein Schwert wahrscheinlich, oder? Der Dato. Krass. Ja, bitte, hätte ich mal. Bitte. Mit der. Prübe, Schadubsen. Ja, das wäre so geil. So, ich bin nicht adolescenein gelangt. Ok. Auf das Lager. Opa. Ich bin nicht schön. Auf das Lager ist, glaube ich, schade. Und hier sprüft man. Ich bin gleich in das Lager. Ich bin nicht nur praktisch. Ich bin nichtCR-Felung. Ich bin nicht nur den 1. Ich habe nicht nur den 3.000-Stat. Die sind auch zu den 3.000-Stat. Das ist der 3.000-Stat? Wie heißt... Nein, mach nicht nur die Wolle, wir sind schon wieder zu dritt bestimmt, sonst der Snapper. Ich schaue halt überhaupt nichts. Ich schaue halt überhaupt nichts. Okay, was ist das für Spannerei, ich bin doch bloß rausgekommen. Direkt in so ein kleines Ding. Ja, das passiert halt irgendwer da und ich wusste halt rum. Spür, ich schaue ein paar kaputtgekommen. Ja, sie haben sich deren Kratzer. Die Snapper liegt dort. Gehen wir rein und schrauben sie mal. Das ist einer, genau. Gib mir mal Deckung. Wo bist du denn? Ja, genau. Zu spät. Wo bist du denn? Ich dachte, du machst dich gerade fertig. Ja, absolut mach ich fertig, siehst du. Ach, der Auto ist halt da. Und Schraudurzen. Wir sollten ja irgendwo niedergreifen, da ist auch noch ein kleines Turm hinten. Was ist denn der Boy? Wer ist denn der Kelly? Der Chef? Der Chef. Ja, Town. Sieh so, der DM fast übelst συνάpen. Ja, das ist eine kleine woher seemsern mächtig halt getan. Das wäre Deckung. Ich komm hier nicht mal zum Stucken! Schau mal, er tanzt mit uns auch nacheinander. Ja, Oma ist wahrscheinlich. Ich krieg da einen Turbo und sie sind abgestürzt. Kein nichts zu tun. Was ist noch der Simon dort? Der hat schon raus einen Sniper. Ja, und noch zwei, wahrscheinlich. Auf zu kommen ist auch einer. Ja. Aber warum ist der Weg gemacht, glaube ich? Ja. 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 Noo. Ja. 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 Der will nicht von hinten machen. Halt dich nur, weil ich komme nicht. Ich bin ausgeliefert. Ich komme jetzt wieder hoch. Ach, da ist der Kenny. Da ist der Knudel. In der Mitte, ich bin nicht ausgeliefert. Ich gehe jetzt erst einmal in den Sniper dran, weil er das immer schon wieder hoch hat und mich gesehen hat. Und mich bestücken will. Das macht er auch. Jetzt wird er ganz scharf auf mich geschmeißen. So richtig scharf schützend. Wo ist denn jetzt? Nein, da drauf. Aber noch. Ja, ich konnte im Nachkampf überhaupt nichts machen eigentlich. Erster bestücken. Aber das scharf ich auch nicht von der Zeit her. Tom ist tot. Ja, es sagt bei irgendjemandem. Ja. Unter uns ist einer. Aber über uns, nein. Unter uns. Über uns. Dann bringen wir zu zweit, oder? Nein, ich gehe jetzt zum Simon. Der Kelly ist in den Lippen. Und... Willkommen in den Schweren geklärt, ja. Willkommen in den Schweren. Simon tot. Immer das Schwert. Ja, wenn sie auch noch mal hinter. Wann noch? Ja, oben war es gewesen, aber jetzt bist du weg. Wie bist denn da? Ja, oben steht ein Schwert. Auf den habe ich gerade. Ja, jetzt ist es wieder unten gekommen. Ja, die haben halt einfach auch noch mehr. Ich bin auf alle Seiten gekommen. Ja, für das hat es trotzdem. So gut hin, ich bin da gerade rausgekommen. Was soll ich denn da machen? Ich bin in Kugelhagen geboren. Ich habe aber noch einen Hilfe gemacht. Nein, doch nicht. Ich bin im Schwer, die ganze Zeit. Ja, da, der andere ist gerade da. Ich werde geboren. Ja, und ich kriege die Granaten aus. Ja, nichts mehr. Ja, nichts mehr. Ich bin in Költen. Schert liegt dort. Die auch liegt dort. Die Gegner liegt dort. Alles liegt dort. Sie sind schon voll scharf auf mich. Wieso? Wieso? Ja, ich hab's. Oh, schnell rein. Nein, jetzt bin ich voll die Tepper. Ich bin so ungern. Scheiße. Ja, der liegt oben in der Mitte. Nein, da ist alle geflogen. Ja. Er ist mit Mühe gekommen. Ja, doch. Ja, Pally ist... Er ist stark. Ist jemand dort? Nur weil es wissen, anscheinend. Ich glaube, ich hab's dann oben. Ja, kurz, glaube ich. Nein, doch nicht. Jetzt würde ich. Ja. Ja. Und du bist dort. Ich hab euch die Augen mit. Ah, ja. Ist jemand jetzt schlaut uns noch und hat schlaut uns. Aha. Und wo kommt die Granaten dann schon wieder hergeflogen? Das gibt's doch nicht. Und der ist unten auch vergeschmissen. Also guck, der ist da auch noch schlaut. Da wirds. Oh yeah. Turm Tohbo... Turm Tohbo bzw. ...hatt mich... Det conciliate. Sorgen ** Mein will nicht. Ich kenne mal ausgeliefert... mal schau, was ist das Kass da. Gehe nochmal ausgeliefert... Wo ist das Licht. Ich habe wieder keinen... Kein Leben mehr, was noch immer. Jetzt sage ich mir bei Granaten gespbert worden Ich gucke jetzt hin, ich gucke jetzt kommt zuvor. Stefan hat nicht oben stehen, hat nicht mehr. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wo ist denn, hat nichts wegzüglich? Nein, da war wahrscheinlich kein Paar, wo ich... Ja, da ist es bestimmt nicht. Schau. Der war voll schwer. Ja. Der kommt wo in der Mitte. Ja, ich seiss. Oma drum. Ja, wo? Er hat fast gestuckt. Wo? Er hat zweimal fast gestuckt. Sehr knapp. Ah, den hätte ich mir auf den Ding gehabt. Nein. Was ist denn das? Dann hockt der Simon oben und dort kämpft. Das gibt's doch nicht. Ich bin wirklich nicht schlimm, da habe ich eine Chance. Ist ja genau so, wo das wir das sind. Ja, schon. Aber da habe ich jetzt gute Chance gehabt, weil der Zweig war drin. Ist doch nicht zu dritt. Der ist irgendwann vorbei. Aber ich kann nichts gehen wie Wasser. Simon ist oben in der Mitte, der hat nichts mehr. Oh nein. Aber irgendwie macht er trotzdem etwas gegen mich. Jetzt hätte ich die oben in der Mitte gebraucht. Ja. Du, kein Kelly. Du, kein Kelly. Was ist die Tür denn denn? Das macht die Tür dann nicht wie auf. Ausgeliefert ist auch nicht. Ja, ja, das ist es. Ich mach mal das jetzt auch auf und immer mal die Schwerter. Ich mach mal die Messer mit. Ja, gut. Äh, der Tank ist tot. Der Tank ist wieder tot. Jetzt sind wir noch PR. So gut hat wahrscheinlich nichts. Sieht da halt nie was. Ja, jetzt wird es gespawnt und dann wird es gesniped. Das ist ganz toll. Jetzt ist ja das Spawn-Camping. Nichts. Ich mach mal so. Ich schätze das See. Auf und unten sind es zwei. Das liegt mir jetzt auch auf dem Klonatum. Klonatum? Ja da wo du bist. Das sind einfach zwei. Das sind im Grunde beide klein. Das ist ein bisschen verwirrend. Keiner Fehl? Ja. Hatte noch was gemacht? Schwer dran kommt mit mir. Genau der Ander wieder mitten reinkommen. Das ist nicht für Spannerei. Was der Ander? Das ist schlimm. Nein, der sind schon die ganze Zeit dort. Nein, das Leben ist gestorben und ist dann reinkommen. Der ist gestorben und ist bei mir. Oder er kann sich erst zwischen den anderen wiederkommen. Das ist tatsächlich eine Möglichkeit. Ja. Ansonsten eigentlich ist es bei mir nicht. Das geht doch in Höhe dazu. Oben Mitte ist einer, der hat Kampai. Die hat eine Tolle. Aber der hat fast noch fest. Da hat nichts mehr. Oben Mitte, Oben Mitte macht. Ja unten ist einer. Ja, der hat auch nichts mehr. Ja, passt nicht. Hinten. Wie soll ich der noch mitnehmen? Hinten zwei. Ja, was machen wir noch? Das ist wohl doch ein Stück verdammt nochmal. Ach, das ist für dich nicht der Süßse. Oder? Ja, ja. Ich gehe bloß vor Bernd. Nein, der stellt den Weg da. Nein, den Weg. Nein, den Weg. Sagst du? Nein. Alles klar. Nur du Schwert. Bieg dich weg. Bieg dich weg. Bieg dich weg. Ja. Ja, ich habe den Weg. Und gleich zwei. W-Kill. Ja. Dann wollte ich ihn nicht weg. Ja, ich habe den Weg. Ja. Ja. Ich habe den Weg. Und gleich zwei. W-Kill, oder? Dann wollte ich ihn nicht weg. W-Kill. Warum, warum explodiert diese Granate ums Eck? Ja. Da gibt's doch auch eine Meinung. Ja. Nein. Er ist ja alle ansparmig. Obdmüttel sind zwei. Arzt unten. Das Löffel ist tot. Da ist noch einer, der hat nichts mehr. Ja. Ach, der hat nichts mehr gemacht. Wer nicht da, wer nicht da rein? Der war gut, ist simultan geschlagen Ja, hauptsache Der hat eigentlich die scheiß Sniper Auf die Mitte, auf die Gange Ja, da habe ich noch schnell Da habe ich irgendwas liegen da Ich bin bloß zum Stucken holen da Unten, vorne Da denke ich so Du bist gern Boah Da ist noch einer oben Ja, wie mache ich weiter Ach der hat, der hat noch voll oder weh? Nein Geh weiter, geh weiter Simon ist oben mit der Hede Mit der Ja, ist schon da Da hat sich einer selber genannten Tag geschmissen Wo ist er denn? Aufzug oben glaube ich einer Einer ist bei dir und bei dir auch Aufzug oben sind zwei Da habe ich noch Einer kommt oben Mitte Zwei kommen oben Mitte Zwei kommen unten Mitte Da ist der Und hier Scheiße! Zornprober, ja hat immer viel Ja aber schon rote Hat immer viel, außer Schrot Das war Information wert gewesen Ja doch Ja genau, da ist er schon wieder Wir haben jetzt voll erstes gezogen. Wollen wir besser wehgerus? Ja. Wir waren besser weh, wenn wir jetzt das letzte Mal. Ja. Ja, doch passt. Zumindest hat man gesehen, dass die Handicaps passen. Ja. Das wird immer gelber. Je öfter der Sekunden sind gelber. Ja, das ist was Kackabaggerung. Ja, eben. Es wird aber trotzdem gelber. Na. Fangen wir in der Zwischenzeit ein Grusche gemacht haben. Ja, ich will mir ein Frumstern. Nein, machen wir doch gar nicht.